Hi, mein Name ist Hannes Seidel. Ich bin künstlerischer Leiter des Projekts 21 Songs in a Public Surrounding. Wir machen eine wilde Mischung aus Straßenmusik, Performance und zeitgenössischer Musik. Das Ganze findet statt in der Karlsplatz-Passage und im Club U. Kommt vorbei am 4.5. November um 16 Uhr. Der Einhalt ist kostenlos hier am Wiener Karlsplatz. Alle weiteren Infos findet ihr unter www.wienmodern.at. Untertitelung des ZDF für funk, 2017